Wir feiern heute das Fest der Erwählung Marias. Der alte Name Maria Empfängnis wurde von vielen missverstanden. Es geht heute nicht um die Empfängnis Jesu. Es geht um das Werden seiner Mutter Maria. Sie war die Tochter von Anna und Joachim, wie ihre Eltern in der kirchlichen Tradition heißen. Das heutige Fest spricht von der einzigartigen Beziehung Gottes zu Maria aus Nazareth und zwar vom ersten Augenblick ihrer Existenz an. Seit Adam und Eva sind wir Menschen immer wieder versucht, wie Gott sein zu wollen. Die Erwählung Mariens durch Gott macht sie frei von dieser Versuchung und gibt ihr den Freiraum, später Ja sagen zu können zu dem, was Gott mit ihr vorhat, die Mutter seines Sohnes zu werden.